Hey, du bist aus einem bestimmten Grund auf dieses Video gestoßen? Du kannst deinen aktuellen Job nur noch schwer ertragen und bist es leid, für die Träume anderer zu schuften? Oder bist seit längerem auf der Suche nach einer Möglichkeit, dein eigenes Geschäft aufzubauen? Du hast große Ziele und Träume, aber weißt noch nicht, wie du diese erreichen kannst? Dann hör jetzt bitte genau zu und hör vor allem bis zum Ende dieses kurzen Videos zu, denn dann erfährst auch du, wie du in Zukunft dein eigener Chef sein kannst und deinen Erfolg selbst bestimmst und endlich das Leben führst, welches du dir wünschst und welches du verdient hast. Klar, kann ja jeder sagen, denkst du jetzt. Mein Name ist Christopher Hansemann und ich bin seit über sechs Jahren erfolgreicher Unternehmer und führe endlich das Leben, von dem ich immer geträumt habe. Aber das war natürlich nicht immer so. Kurz zu meiner Story. Ich war niemals der Typ Mensch, der wirklich gerne zur Schule gegangen ist. Dementsprechend war ich auch nicht so wirklich der Musterschüler. Vor sechs Jahren haben mein bester Freund und ich den Entschluss gefasst, uns selbstständig zu machen und unser erstes eigenes Fitnessstudio zu eröffnen. Doch das war damals natürlich kein Selbstläufer. Wir hatten keine abgeschlossene Berufsausbildung, keine kaufmännische Vorerfahrung und auch nicht das Budget, viel für Marketing oder Mitarbeiter investieren zu können. Und so mussten wir Tag ein, Tag aus wirklich jeden Tag von morgens bis abends selber im Studio stehen. Und wir hatten viele Höhen und Tiefen. Das Ding ist, wir hatten einen Traum und wir haben das jahrelang so durchgezogen und irgendwann kam der Erfolg. Vor einiger Zeit dann sind wir auf ein Geschäft gestoßen, welches es uns ermöglicht, mit unseren unternehmerischen Erfahrungen Menschen zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Ein Geschäft, welches jeder auch nebenberuflich starten kann und wo jeder die Möglichkeit hat, das zu erreichen, was er sich erträumt. Und bevor du jetzt sagst, klar, Ausnahmen bestätigen die Regeln, einer der Glück hatte und so weiter und so weiter, lass mich dir eine Frage stellen. Glaubst du, dass du es verdient hättest, ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen? Möchtest du mehr vom Leben und bist bereit, dafür etwas zu tun? Bist du es leid, dass am Ende des Geldes immer noch ein bisschen Monat übrig ist? Denn das sind die Fragen, die ich mir gestellt hatte, als ich so wenig Geld hatte, dass ich wieder bei meinen Eltern einziehen musste, kurz bevor wir uns damals selbstständig gemacht haben. Und ich habe mir nicht nur diese Fragen gestellt, sondern ich habe auch Antworten gefunden. Antworten, die zu einem Leben in völliger finanzieller Unabhängigkeit geführt haben. Okay, und was habe ich jetzt davon, fragst du dich? Das sage ich dir. Denn wir haben uns entschlossen, das, was wir machen und gemacht haben, weiterzugeben. Mein Partner und ich werden in diesem Jahr 10 Menschen begleiten und ihnen unser Business nicht nur zeigen, sondern sie auch unterstützen und coachen, wie sie es schaffen, endlich erfolgreich zu werden. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Freiheit. Bist du interessiert oder neugierig? Dann trage dich jetzt ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und ich werde mich persönlich bei dir melden. Erfahre auch du, wie du in Zukunft mit einem positiven Gefühl aufstehst, dein eigener Chef wirst und endlich für deine eigene Zukunft und deinen eigenen Erfolg Verantwortung übernehmen kannst. Nimm jetzt diese Chance wahr, trage dich ein und ich melde mich bei dir. Wir hören uns, dein Chris. Und ich werde mich bei dir,